Es gibt schöne Trikots, es gibt hässliche Trikots. Manche sehen auf den ersten Blick ganz gut aus, aber auf den zweiten... Aber dann gibt es hässliche Trikots, die so hässlich sind, dass sie wiederum Legendenstatus bekamen. Dies ist aber nur selten der Fall. Meistens sind hässliche Trikots einfach nur hässlich. Haltet eine Tüte bereit, in diesem Video geht es um die hässlichsten Bundesliga-Trikots des 21. Jahrhunderts. Achtung! Nur weil ich ein Trikot persönlich nicht als schöner empfinde, heißt es nicht, dass ich gleichzeitig was gegen den Verein habe. Aussagen in diesem Video sollte man nicht allzu ernst nehmen, sondern mit Humor. Größtenteils arbeite ich mit Überspitzungen. Wenn ich damit klarkomme, findet im Kommentarbereich von Katja bestimmt noch ein paar Taschentücher liegen. Torwart-Trikots, Aufwärm-Trikots, Sondertrikots, Karnevals-Trikots oder andere Special-Trikots werden in diesem Video nicht berücksichtigt. Nur Heim-, Auswärts- und das Ausweicht-Trikot sind für dieses Video relevant. Starten wir mit dem meiner Meinung nach hässlichsten Heimtrikot der aktuellen Bundesliga-Saison und das ist vom Sportclub aus Freiburg. Das Freiburg-Heimtrikot von letzter Saison war schon ziemlich kontrovers. Entweder hat man es gefeiert oder man fragte sich, Diggi, was macht die Schambehaarung da unten? Eine Schambehaarung gab es dieses Mal nicht, darf ein Totalschaden. Arbeitete der Designer bei Carglass, sah einen Steinschlag und dachte sich, Diggi, das könnte das neue Freiburg-Trikot sein. Oder ist ihm ein Teller Spaghetti Bolognese aus der Hand gefallen und hat sich daran orientiert? Dann dieser hässliche Neigregen, der nur selten gut aussieht und dann noch der Sponsor, der Ähnlichkeiten hat mit der einen Schriftart in Instagram-Stories. Das Logo des Ausrüsters sieht man kaum, ich glaube sonst würden sie sich schämen, was für eine Missgestalt sie da erstellt haben. Ich verstehe wirklich nicht, wie man dieses Trikot feiern kann. Aber naja, es gibt auch Menschen, die freiwillig Gucci tragen oder auf Alicia Lehmann stehen. Kommen wir zur nächsten Hässlichkeit, das Ausweichtrikot vom FC Schalke 04 aus der Saison 2006-07. Das Trikot ist erst mal orange. Was beim dritten Trikot in Ordnung ist, weiß ich, warum Schalke heim und Schalke Auswärtstrikot abheben muss. Das entschuldigt aber nicht die unpassende Färbung des S04-Logos in hellblau, was absolut nicht zu Orangen in Farbe passt. Wer es weiß, hätte ich ehrlich gesagt nichts gesagt. Ein Verbrechen ist aber die Position des Ausrüsters. Anstatt das Adidas-Logo und das Schalke-Logo auf eine Höhe zu platzieren, macht man sowas. Noch höher und es könnte als Gesichtstattoo durchgehen. Aus irgendeinem Grund, und ich weiß nicht warum, kam man auf die Idee, das Trikot auch für die weitere Saison 2007-08 als Ausweichtrikot zu verwenden und man hat weder das Logo noch die Position des Ausrüsters gefixt. Alter! Dankeschön, wir sind die Kantiner-Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt den selben Song nochmal. Alles klar, den selben Song und los! Ein Verein, der in den letzten Jahren immer solide Trikots rausbringt, ist der VfL Wolfsburg. Es gab aber mal eine Zeit, wo die Wölfe eher für richtig hässliche Trikots bekannt waren. Eines davon war das Ausweichtrikot des VfL Wolfsburgs aus der Saison 2002-03. Dieses Trikot ist in allen Ebenen hässlich. Erst mal ein richtig hässliches Orange oder Braun oder Rot, I don't know, dieses Grau an den Seiten und diese Streifen an den Ärmeln, die das Trikot erscheinen lassen, als hätte man es auf links gedreht. Auch frage ich mich, was zuerst da war, der Ausrüster oder das Vereinsemblem. Alter, ist das so schwer, beides auf einer Ebene zu bringen? Vor allem das Logo sieht aus, als hätte man es nachträglich mit den Eddingen auf den Trikot gezeichnet, weil man es in der Produktion vergessen hat. Absolut verdient habt ihr als Community auf Instagram dies zum hässlichsten Bundesliga-Trikot des 21. Jahrhunderts gewählt. Es gibt aber noch weitere richtig schreckliche Wolfsburg-Trikots. Das Auswärtstrikot von 2015-16, das Heimtrikot von 2017-18 oder das 4. 2009-10. Abgrundtief-Grauenhaft ist aber eine Kombination. Blaue Trikots, das alte, silberne Volkswagen-Logo und das neue, moderne Vereinswappen des VfL Wolfsburg, was by the way sehr starke Ähnlichkeiten zum Burger King-Logo das alte hat oder kritisch zur größten rechtsextremen Organisation in Deutschland, die Grauen Wölfe. Als Wolfsburg-Fan bluten mir die Augen, wenn ich folgende Trikots sehe. Nicht nur der VfL ist stark im Design von hässlichen Trikots, sondern auch Borussia Dortmund hat Talent darin. Erstmal haben wir das dritte Dortmund-Trikot von 2017-18, das aussieht wie eine Dortmund-Jogginghose, aber ausgesehen als Hemddesigned und diese hässlichen Puma-Trikots, die inspiriert worden sind von einem Textmarker oder diese 1-Euro-Krabbelkiste im Teddy mit lauter Fake-Trikots made in China. Und um fair zu sein, auch Gladbach hatte so ein Scheiß-Trikot. Ein Trikot aber, das gehört zur Kategorie eigentlich ein heißes Trikot, aber ach du Kacke, wie hässlich ist der Sponsor. Zu dieser Kategorie passt zu 100% das Auswärts-Dortmund-Trikot von 2006-07. Dieses gelbe Ausrufezeichen auf grünen Grund passt 0 zum Trikot. Laut meinen Recherchen ist dieses Ausrufezeichen von einem Künstler namens Ottmar designt worden, da der brandneue Hauptsponsor des BVBs, die Ruhkohle AG 2006, noch keinen Namen gefunden hatte. Du Künstler. Zurecht habt ihr es im Finale des Community-Votings gemeinsam mit diesem Ausweichtrikot vom VfB gewählt. Denn das Trikot sieht durch diesen Sponsor richtig billig aus. Das für mich aber hässlichste Bundesliga-Trikot in diesem Jahrhundert ist für mich das Ausweichtrikot des ersten FSV Mainz 05 aus der Saison 2011-12. Mainz hat diese Saison echte geile Banger-Trikots rausgebracht. Das Auswärtstrikot, Maschallah. Auch das Halm-Trikot, obwohl man die Position des Ausrüsters besser lösen könnte, sieht das wirklich nice aus. Über das dritte Trikot habe ich auch nicht zu meckern. Abgesehen von den Karnevals-Trikots kenne ich in den letzten 10-15 Jahren kaum ein hässliches Mainz-Trikot. Entweder ist es richtig Baba oder ganz okay. Nie grauenhaft. Bis auf eine Ausnahme. Das Ausweichtrikot 2011-12. Erstmal die Farbe. Absolut hässlich. Dieses Gelb oder Grün oder diese getrocknete Kotze, was auch immer diese Farbe ist. Ich bin kein Farbexperte. Mit Kombination mit den schwarzen Streifen. Schrecklich. Aber für ein drittes Trikot kann man es noch entschuldigen. Aber bitte sagt mir, wie billig kann man ein Sponsor auf einen Trikot packen? Mainz ja. Diese Farben mit den orangenen Tangen Ökostrom-Logo, es tut mir den Augen weh. Vor allem hat man sich noch nicht mal die Mühe gemacht, um das Mainz-Logo passend umzufärben. Das Ding sieht aus, als hätte ich ein schwarz-gelb gestreiftes Hemd genommen. Das hässlichste, was im Kickshof zu finden war. Und man hat einfach das Mainz-Logo und den Sponsor so draufgeklebt. Nicht ohne Grund hat man es nur ein einziges Mal getragen. Solltet ihr das Trikot doch hübsch finden, hält Kommentare an diesen Instagram-Account. Das letzte Trikot für heute ist das Ausweicht-Trikot von Energy Cottbus 2001-02. Dieses sieht für mich ziemlich billig aus, auch für die damalige Zeit schon. Der Sponsor ist so ein hässlicher roter Kasten, wo einfach zu viel los ist. Anstatt nur das AXA-Logo zu verwenden, will man deutlich machen, dass das Unternehmen AXA-Colonia heißt. Ich weiß auch nicht, wer Thomas Grabitz ist, vermutlich Inhaber, Eigentümer, Gründer, I don't know. Aber der denkt auch, er müsste unbedingt drauf sein. Und weil die Stadt Cottbus nach Riku die dümmste Stadt Deutschlands ist, muss man noch Cottbus dazuschreiben, sonst holt man sich eine Versicherung in Tanova. An sich hab ich nichts gegen Cottbus, kommt mal gerne back in Bundesliga. Es gibt noch viele weitere richtig grauenhafte Fußball-Trikots, aber für heute reicht es erstmal. Ich hoffe, ihr nehmt das Video nicht allzu ernst. Vielleicht besitzt ihr eines dieser Trikots und findet dieses gar nicht mal so grauenhaft, wie ich in diesem Video darstelle. Geschmäcker sind verschieden und genauso darf, wie ich, jeder seine Meinung frei äußern. Macht dies gerne, aber bleibt in den Kommentaren bitte respektvoll. Wenn ihr wissen wollt, was die sieben schlechtesten Vereine der Welt sind oder mehr über die Amateur im DFB-Pokal erfahren wollt, klickt auf das entsprechende Video in der Endcard. Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao.